Musik Schönen guten Tag, mein Name ist Nicole M. Pfeffer. Ich komme aus dem schönen Mömmlingen, das Tor zum Odenwald. Und ich stehe auf Platz 4 der Kreistagsliste für die Kommunalwahl im März 2020. Ich bin dankbar, dass ich den Weg nicht nur nach Nordbayern, sondern explizit nach Mömmling gefunden habe, weil hier der Gedanke von Gemeinschaft, von Zukunft gestalten, wirklich noch Lebendigkeit ist. Weil ich der Meinung bin, wir sind ein absolut toller Landkreis und dafür gehört es, sich einfach zu engagieren, sich einzubringen und die Zukunft mitzugestalten. Ich stehe hier an einer Stelle, wo man auch mal wieder wunderschön auf das ICO schauen kann. Unsere Region oder unser Landkreis hat diesen Charme, dass er klassische Branchen wie den Weinbau verbindet mit modernen Ansätzen der Digitalisierung, der Produktion, der Industrie, aber auch der Dienstleistung. Für mich ganz wichtig, zwischen diesen Welten zu wandeln. Auf der einen Seite bodenhaftet, verwurzelt in der Region zu sein und auf der anderen Seite dieses internationale Flair, dieses globale, diese Verknüpfung, die wir hier wirklich mit den Hidden Champions und mit den Global Playern in unserer Region haben. Ich würde gerne als Macherin diesen Anspruch weiter unterstützen, weiter vorantreiben und gerne Partner sowohl der Wirtschaft als auch der Jugend, als auch der Menschen hier im Landkreis sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Stimmen geben, weil das Thema Bildung, Innovation und Wirtschaftskraft bei mir ganz oben auf der Agenda steht und meine Vision von der Wissenskompetenzkultur des Bayerischen Untermains uns in die Top 3 der Regionen, der lebenswerten Regionen in Bayern führen soll.